Einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Mathematik-Ring-Vorlesung, Mathematik verstehen und anwenden. Es ist eine Reihe aller neun steirischen Hochschulen, wo wir zeigen wollen, wie spannend Mathematik sein kann. Für heute darf ich Ihnen Herrn Professor Christoph Eistleitner vorstellen. Er ist Professor an der Technischen Universität Graz am Institut für Analysis und Zahlentheorie. Herr Professor Eistleitner hat an der TU Wien Mathematik studiert. Er ist Oberösterreicher. Er hat dann ein Doktoratstudium in Graz gemacht. Und wie es sich für Wissenschaftler gehört, ist er durch die Welt gereist und hat unter anderem als Postdoc in Japan und Australien gearbeitet und ist jetzt seit einigen Jahren Professor an der Technischen Universität in Graz. Er hat sehr viele Publikationen und ich möchte schon eine Auszeichnung erwähnen. Er ist Stadtpreisträger. Das ist so eine, kann man sagen, fast eine Nobelpreis-Version auf Österreichisch. Er ist eine der höchsten Auszeichnungen, die man als Wissenschaftler in diesen jungen Jahren erreichen kann. Und er wird uns heute in seiner Arbeit in der Mathematik einige Beispiele zeigen und einführen, wo es mit der mathematischen Forschung, welchen Stand wir heute haben. Darf jetzt Herrn Eistleitner um seinen Vortrag bitten. Ja, danke sehr für die freundliche Vorstellung. Schön, dass Sie da sind, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe also ein kurzes Video vorbereitet zum Thema, was ist mathematische Forschung von den Grundlagen zur Anwendung und das werden wir uns jetzt anschauen. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in meinem Video. Schön, dass Sie da sind. Ich werde oft gefragt, was man als Professor an der Uni eigentlich so macht und die Antwort ist, laut Dienstvertrag mache ich 40 Prozent unterrichten, 20 Prozent meiner Zeit Verwaltungstätigkeiten. Das kann man sich beides vorstellen, was das ist. Und 40 Prozent der Zeit soll man in Forschung investieren. Und das ist vielen Leuten dann unklar, was das sein soll, mathematische Forschung. Also was forscht man da und was kommt dann da bei der Forschung raus? Wie schaut das aus? Und das will ich Ihnen heute kurz schildern. Man muss zuerst dazu sagen, die Mathematiker bei uns, die sind nicht einfach nur Mathematiker, sondern die sind alle spezialisiert. Wir haben verschiedene Institute, zum Beispiel Institut für Statistik oder Geometrie. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was die machen. Mein Institut heißt Institut für Analysis und Zahlentheorie. Die Arbeit, die wir machen, ist viel näher an der mathematischen Grundlagenarbeit, also relativ weit weg von der angewandten Mathematik. Ich sage Ihnen nicht, was Analysis ist, aber ich probiere Ihnen zu erklären, was Zahlentheorie ist. Das ist, wie man sich vorstellen kann, die Theorie von den Zahlen. Ein Satz aus der Zahlentheorie ist dieser hier. Die Wurzel aus zwei ist irrational. Das heißt, man kann das nicht als Bruch schreiben, egal wie man es probiert. Wurzel aus zwei, das ist die Länge der Diagonale in einem Quadrat mit Seitenlänge eins eins. Also diese Zahl, die kann man nicht als Bruch schreiben, egal wie man das versucht. Und der Beweis kann hier leider nicht gebracht werden. Der wäre ein bisschen zu lang. Wenn Sie noch in der Schule sind, fragen Sie bitte Ihren Lehrer oder Ihre Lehrerin, das zu beweisen. Das ist ein berühmter, klassischer Beweis durch Widerspruch mehrere tausend Jahre alt. Wurzel zwei ist so eine Zahl, über die man etwas erforschen könnte oder andere Zahlen, die mich interessieren, über die ich was erforschen kann, sind die Kreiszahl Pi, die Euler'sche Zahl E, die zum exponentiellen Wachstum gehört oder der sogenannte goldene Schnitt, der in der Kunstgeschichte eine wichtige Rolle spielt. Und natürlich gibt es noch viele, viele andere interessante Zahlen. Bevor ich Ihnen sage, was ich geforscht habe, möchte ich Ihnen zeigen, welche Form die Forschung dann annimmt, wenn sie fertig ist. Also hier sehen Sie den Anfang von meiner aktuellsten Forschungsarbeit. Da habe ich jetzt schon acht Monate lang mit zwei Kollegen gemeinsam daran gearbeitet. Sie sollen es natürlich nicht lesen, was da steht, aber Sie sehen sofort, das ist natürlich auf Englisch, das ist die internationale Forschungssprache. Sie sehen auch, das ist eine gemeinsame Arbeit von drei Personen. Also das mache nicht ich ganz allein in meinem Zimmerchen, sondern mit zwei Kollegen gemeinsam haben wir diese Arbeit geschrieben. Das ist der Anfang von der Forschungsarbeit. Dann ein bisschen später kommt das, was bewiesen wurde. Also in der Grundlagenmathematik ist das Ziel, eine mathematische Aussage zu beweisen. Da steht, welche Aussage wir bewiesen haben. Das wird dann sofort in Beziehung gesetzt zu früheren Resultaten. Also gleich nachdem da steht, was bewiesen wurde, steht, wie sich das zu früheren Resultaten verhält. In dem Fall haben wir ein Resultat von Rukavishnikova verbessert. Und das sind vielleicht die ersten zwei, drei Seiten. Und dann kommen noch 30 Seiten lang Beweise. Das ist das Ergebnis von der Forschungsarbeit. Und hier sehen Sie auch noch, also man beweist gewisse Dinge, man beweist gewisse mathematische Aussagen. Und dann haben wir hier auch noch geschrieben, eine bestimmte Aussage haben wir nicht beweisen können. Da sind unsere Methoden nicht gut genug gewesen, unsere Argumente. Das lassen wir als offenes Problem beweisen. Oder wie legen Sie folgende Aussage? Und da kann dann jemand anderer daran weiterarbeiten. Also es gibt eine Community von Mathematikern, die sich für ähnliche Themen interessieren. In diesem Fall geht es um Kettenbrüche. Da gibt es vielleicht 200, 300 Leute auf der Welt, die an Kettenbrüchen forschen. Da liest man gegenseitig die Forschungsarbeiten, die andere Personen geschrieben haben. Man liest die Argumente, die Beweise, die Resultate. Man liest auch ganz besonders, was für offene Probleme aufgeworfen werden. Und versucht dann, offene Probleme zu lösen. Wenn das dann fertig ist, die ganze Arbeit, dann reiche ich das zu einer mathematischen Zeitschrift ein. Wenn ich glaube, dass das ein sehr gutes, ein sehr wichtiges Resultat ist, dann schicke ich das zu einer sehr guten mathematischen Zeitschrift. Und irgendwann kommt das dann in meine Publikationsliste. Das hier ist mein ganzer Forschungsoutput von den letzten vier Jahren oder so. Da steht das dann da in der Liste. Und wenn ich mich zum Beispiel mal für einen Job bewerben möchte, dann kann zwar die Person dort in dem Komitee, das die Entscheidung trifft, kann vielleicht nicht feststellen, was genau der Wert von den einzelnen Resultaten ist, die ich bewiesen habe. Aber die können feststellen, ist das in guten oder in schlechten mathematischen Zeitschriften publiziert worden. Und daran kann man den Wert von den Forschungsergebnissen und von den Methoden erkennen. Wenn ich da schaue, sehe ich auch, alle diese Arbeiten sind mit Co-Autoren, nichts davon ist allein geschrieben. Hier sind Personen aus Argentinien, Indien, Frankreich, Italien, Israel, nochmal Frankreich. Also das ist eine internationale Tätigkeit, das ist auch eine soziale und vernetzte Tätigkeit. Forschungsarbeit, mathematische Forschungsarbeit heutzutage ist immer in einer Gruppe mit anderen gemeinsam. Das macht mehr Spaß, da ist man kreativer, da kann man sich gegenseitig ein bisschen pushen. Kaum jemand macht Mathematik wirklich so, wie man es sich vielleicht im Klischee vorstellt, ganz alleine irgendwo im Zimmerchen sitzend. Okay, das ist also ungefähr das, was bei der Forschung dann rauskommt. Jetzt möchte ich Ihnen erklären versuchen, was ich so geforscht habe. Daher sehen Sie den Beginn der Zifferendarstellung von der Kreiszahl Pi, 3,1415 und noch was. Führt nie auf, ist eine irrationale Zahl, also hat unähnlich viele Kommaziffern und das geht immer so weiter. Und jetzt möchte ich aber die Zahl durch einen Bruch annähern. Also ich kann es nicht exakt als Bruch schreiben, aber ich kann einen Bruch schreiben, der nah dran ist, so wie ganz offensichtlich dieser hier, 31 durch 10, indem ich einfach die Zifferentwicklung abschneide. Oder 314 durch 100, indem ich die ersten zwei Nachkommaziffern abschneide. Das sind Brüche, die sind halbwegs nah am echten Pi dran. Und es stellt sich heraus, dass man das aber besser machen kann, zum Beispiel mit den folgenden Brüchen hier. 22 Siebtel ist sehr nah am echten Pi dran, am echten Wert von Pi. Oder diese Zahl, 333 durch 106 oder diese 355 durch 113, die haben alle einen Wert, der nah dran ist, am echten Wert von Pi. Also wenn ich nicht darauf bestehe, dass da 10 oder 100 im Nenner von dem Buch steht, sondern wenn ich da Siebtel oder Hundertsechstel oder sowas nehmen darf, dann kann ich Brüche finden, die ganz, ganz nah dran sind, am echten Wert von Pi. So wie der hier, da stimmen alle diese Nachkommaziffern mit dem echten Wert von Pi überein. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, wo kommt das her, wo hat der Mensch diese Brüche daher bekommen? Es gibt etwas, das heißt Kettenbruchentwicklung. Das haben Sie wahrscheinlich noch nie gesehen und das schaut komisch aus, wenn man das zum ersten Mal sieht. Das geht so. Die Zahl Pi ist ungefähr so groß wie 3, aber nicht ganz. Ich muss ein Siebtel dazugeben, dann bin ich noch näher dran. Aber das Siebtel ist wieder nicht ganz richtig. Zum Siebtel muss ich noch ein bisschen was dazugeben. Nehme ich ein Fünfzehntel, dann bin ich noch näher dran. Und das Fünfzehntel ist wieder nicht genau das Richtige und ich muss wieder ein bisschen mehr dazugeben und das passt immer noch nicht und ich muss ein bisschen mehr wieder dazugeben und so weiter und so fort. Also es gibt da so eine unendliche Entwicklung. Das Ding heißt eben Kettenbruchentwicklung, mit der ich die Zahl auch darstellen kann. Und die Sache ist jetzt die, die Annäherungen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, so wie die letzte hier, die kommen einfach daher, dass ich die unendlich lange Kettenbruchentwicklung von diesem Pi an einer bestimmten Stelle abschneide. Also wenn ich zurückgehe zum echten Pi, ich habe das echte Pi, habe ich hier an dieser Stelle abgeschnitten, die Kettenbruchentwicklung, und bekomme das, was da jetzt unten steht. Und Sie können wirklich, wenn Sie viel Zeit haben, können Sie ausrechnen. Das, was da auf der rechten Seite steht, kann man auflösen und es ist wirklich das Gleiche wie das, was da auf der linken Seite steht. Also daher aus diesen Kettenbrüchen kommen diese guten Annäherungen an die Zahl Pi. Das ist ein mathematisches Gebiet, das heißt Diophantische Approximation. Und jetzt zeige ich Ihnen noch zwei Kettenbrüche. Mit Nenner 100. Hier ist einfach irgendein Bruch 39 durch 100. Das hat eine gewisse Kettenbruchentwicklung. Hier zeige ich Ihnen noch einen Kettenbruch 34 durch 100. Das schaut halt so aus. Und der Unterschied ist jetzt der, der Punkt ist der, das eine hat hier diese Zahlen hier, die sogenannten Koeffizienten, lauter relativ kleine Zahlen, 2, 1, 1, 3, 2, 2, die sind alle klein. Und das andere hat zwar ein paar kleine, aber dann zum Schluss hat es eine sehr große, nämlich 16. Und das macht einen Unterschied. Und dann fragt man sich, warum ist das so? Warum haben manche Brüche lauter kleine Koeffizienten? Warum haben andere Brüche große Koeffizienten? Und die Frage, die wir uns in der Forschungsarbeit gestellt haben ist, gegeben ein beliebiger Nenner n, das was unten im Bruch steht, gibt es dann immer einen Bruch, sodass alle diese Kettenbruchkoeffizienten klein sind. Und die Antwort ist eben genau das, was wir bewiesen haben, natürlich in einer ganz konkreten und quantifizierten Form. Wir haben nachgewiesen, für alle Nenner n gibt es dieses und jenes, es gibt Brüche, die eine gewisse Eigenschaft haben. Und einer der Punkte an der Sache ist der, wir wollten das nicht machen für Nenner eine Million oder für den Nenner eine Milliarde, nicht für ähnliche Nenner. Das könnte auch ein Informatiker, wenn er einfach irgendeinen bestimmten Nenner haben will und schauen, ob es einen gewissen Bruch gibt, sondern das soll für alle möglichen Nenner gehen, für alle Zahlen, die ich hier nehmen kann. Das sind unendlich viele Möglichkeiten, das kann ich nicht Stück für Stück nachrechnen, sondern da brauche ich ein mathematisches Argument, ein logisches Argument, das mir sagt, ja, alle diese unendlich vielen Zahlen haben diese Eigenschaft. Warum haben wir das gemacht? Weil uns das interessiert. Wir interessieren uns, ich und meine zwei Kollegen und noch ein paar hundert andere Leute auf der Welt interessieren uns für Kettenbrüche. Mir ist das gut genug. Ich brauche da keine Anwendung davon, ich finde das extrem interessant und das ist ein schönes Resultat. Aber ich weiß, dass diese Kettenbruchentwicklung in Zusammenhang stehen mit sogenannten Gittern. Ja, also das ist nicht mein Antrieb. Ich will eigentlich nicht so ein Gitter machen, aber ich weiß, die Kettenbrüche, für die ich mich interessiere, die haben was mit Gittern zu tun. Und ich zeige was ein Gitter ist. Da habe ich ein Quadrat mit Seitenlänge eins und ich will zehn Punkte in das Quadrat reinlegen. Ein Punkt ist schon da, der ist links unten. Und jetzt mache ich folgendes. Ich nehme einen bestimmten Bruch mit Nenner zehn, so wie den hier, drei durch zehn. Und dann kriege ich den nächsten Punkt, indem ich ein Zehntel so nach rechts rübergehe und drei Zehntel so nach oben gehe. Drei Zehntel deshalb, weil ich hier eben drei Zehntel genommen habe. Zehn Punkte sollen es zum Schluss werden. Jetzt mache ich das Gleiche noch einmal. Ich gehe um einen Schritt nach rechts und drei Schritte nach oben. Also ein Zehntel nach rechts, drei Zehntel nach oben, kriege meinen nächsten Punkt. Jetzt mache ich das noch einmal. Ein Zehntel nach rechts, drei Zehntel nach oben, kriege wieder einen Punkt. Jetzt mache ich das noch einmal. Da komme ich da oben raus, da muss ich unten wieder rein, weil nicht genug Platz ist sonst. Kriege noch einen Punkt. Das mache ich zehnmal und zum Schluss habe ich zehn Punkte bekommen. Das ist ein Gitter von zehn Punkten, das von dem Bruch drei Zehntel hier erzeugt worden ist. Und jetzt gibt es Leute, die sich für solche Gitter interessieren und denen genügt das, dass ein Gitter ein interessantes Objekt ist und die forschenden ein Leben lang über solche Gitter. Und die brauchen dafür auch keine Anwendung. Die finden das einfach interessant genug. Aber weil es in der Mathematik so ist, dass alles mit allem zusammenhängt, ist es so, dass auch diese Gitter für was gebraucht werden, nämlich für sogenannte numerische Integration. Und ich zeige Ihnen, was das ist. Also eine an den Haaren herbeigezogene Anwendung. Stellen Sie sich vor, wir haben hier ein Stück Meeresboden und ich möchte wissen, was die durchschnittliche Tiefe von dem Meer hier in diesem Bereich ist. Also das soll eine Meeresfläche sein. Da ist das Wasser an manchen Stellen nicht so tief und an manchen Stellen ist es tiefer, wo es dunkelblau ist. Und ich will wissen, was die durchschnittliche Tiefe ist. Der Mathematiker wird sagen, ich möchte ein Integral berechnen. Wie kann ich das machen? Ich kann es nicht exakt ausrechnen, aber ich kann mir vorstellen, ich nehme irgendeinen Testschiff oder so und das kann an gewissen Stellen nachmessen, wie tief das Meer da ist. Sagen wir, an 100 Punkten kann ich ausmessen, wie tief das Meer ist. Und dann ist die wirkliche Durchschnittstiefe von dem Meeresstück hier ungefähr so groß wie die Durchschnittstiefe an den 100 Messpunkten. Aber was für 100 Messpunkte nehme ich da? Da gibt es eine Methode, die heißt Monte Carlo Sampling, Monte Carlo Methode, wo ich meine Testpunkte, in dem Fall 100, einfach zufällig nehme. Und das macht man in der Praxis bei vielen Integrationsproblemen und das funktioniert oft sehr gut, aber manchmal passt das nicht so gut. So wie hier zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, da habe ich 100 Testpunkte genommen, zufällige Testpunkte, aber wie es halt so lauft, da fällt keiner in den Bereich rein, wo das Meer richtig tief ist und dann wird das Ergebnis irgendwie verfälscht. Also das passt nicht so recht. Und dann denke ich mir, vielleicht nehme ich statt zufällig gewählten Punkten durch Punkte, die ich mir irgendwie schlau überlegt habe. Und wenn ich weiß, was ein Gitter ist, über das ich gerade gesprochen habe, könnte ich mir denken, ich nehme so ein Gitter und dann kommt es darauf an, von welchem Bruch dieses Gitter erzeugt wird. Hier zeige ich Ihnen das Gitter 100 Punkte. Das Gitter wird von der Zahl 34 durch 100 erzeugt, so wie ich es Ihnen vorher aufgemalt habe. Das heißt, ich starte hier mit dem Punkt links unten, dann gehe ich ein Hundertstel nach rechts und 34 Hundertstel nach oben, dann gehe ich wieder ein Hundertstel nach rechts und 34 Hundertstel nach oben, dann gehe ich von da aus ein Hundertstel nach rechts und 34 Hundertstel nach oben, dann komme ich da woraus. Und das mache ich hundertmal, bis ich hundert Punkte habe. Und ich sehe aber, das ist nicht besonders sinnvoll, was da rauskommt, weil dieses Gitter da, das sind alle Messpunkte auf ein paar einzelnen Linien. Damit kann ich nicht den durchschnittlichen, den echten durchschnittlichen, die echte durchschnittliche Tiefe von diesem Stück mehr hier sinnvoll annähern. Und zum Vergleich zeige ich Ihnen das Gitter, das zu dem anderen Bruch mit Nen nach 100 gehört, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, 39 durch 100. Also das Gitter entsteht so, 1 nach rechts, ein Hundertstel nach rechts, 39 Hundertstel nach oben, ein Hundertstel nach rechts, 39 Hundertstel nach oben, ein Hundertstel nach rechts, 39 Hundertstel nach oben und so weiter und so fort, hundertmal. Und hier bekomme ich ein Gitter von Testpunkten, die ganz regelmäßig sehr schön über diesen ganzen Testbereich hier verteilt sind. Und ich kann mir vorstellen, okay, mit diesem Gitter wird das gut funktionieren, dass wenn ich an diesen hundert Stellen messe, wie tief das Meer an diesen einzelnen Stellen ist, dann den Durchschnitt von diesen hundert Messwerten nehmen, dann wird da ziemlich genau die echte Durchschnittstiefe von dem Meer in diesem Bereich rauskommen. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, 34 durch 100 und 39 durch 100. Der Unterschied ist der, wir haben es vorher schon gesehen, 34 durch 100 hat hier einen zu einem großen Kettenbruchkoeffizienten, der zerstört die regelmäßige Verteilung von diesem Gitter und der andere 39 durch 100, da sind alle diese Kettenbruchkoeffizienten sehr klein, darum kommt da ein sehr regelmäßiges Integrationsgitter raus. Also nochmal, mir geht es um die Kettenbrüche. Ich interessiere mich für Kettenbrüche, an denen forsche ich, weil ich mir als Universitätsprofessor aussuchen kann, woran ich forsche und ich forsche etwas, das mich interessiert. Ich weiß aber, es gibt Leute, die interessieren sich für Gitter und die Gitter hängen mit den Kettenbrüchen zusammen. Die Gitterleute interessieren sich für Gitter, aber die wissen, es gibt Leute, die sich für numerische Integration interessieren und die numerische Integration hängt mit den Gittern zusammen. Und dann gibt es Leute, die wirklich ein Integral ausrechnen müssen und die wissen, es gibt Leute, die in numerischer Integration arbeiten und so hängt Schritt für Schritt, hängt da die Grundlagenforschung über mehrere Stufen mit den Anwendungen der Mathematik zusammen. Das wollte ich Ihnen hier illustrieren. Also noch ein paar Punkte, die ich angesprochen habe. Mathematische Forschung ist eine soziale Tätigkeit. Mathematische Forschung ist was, das macht man in einer Gruppe von zwei, drei, vier, fünf Menschen. Das braucht aber auch eine Community, die sich für diese Themen interessiert. Das braucht auch ein Publikum. Das Publikum, also die mathematische Community von Menschen, die sich für ein bestimmtes Forschungsgebiet interessiert, die entscheidet, was die wichtigen offenen Probleme sind. Die entscheidet, was die wichtigen Forschungsresultate sind. Das Ziel der mathematischen Forschung im Grundlagenbereich ist die Lösung von mathematischen Problemen. Also das Ziel ist nicht unmittelbar, eine Anwendung in der wirklichen Welt zu finden, sondern das Ziel für Grundlagenforschung, so wie ich das mache, ist ein ganz spezifisches mathematisches Problem zu lösen. Und ich habe probiert Ihnen zu veranschaulichen, dass es eben so einen graduellen Übergang gibt von der Grundlagenforschung über verschiedene Stufen, über verschiedene Schritte hin zu den Anwendungen. Ich sage es noch einmal, in der Mathematik hängt alles mit allen zusammen. Es gibt in der Mathematik keine isolierten Themen, es gibt keine isolierten Sachverhalte. Alles gehört mit allen zusammen. Das ist einer der schönen Aspekte der Mathematik. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Eisleitner, für diese anschauliche Darstellung. Man hat auch gemerkt, dass Mathematik einerseits bewegt sich die mathematische Forschung in einem sozialen Umfeld. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, das macht auch durchaus Spaß, das muss Spaß machen, man hat Freude dran. Aber wir haben ja hier jetzt diese Fragestellung, naja, toll, eine mathematische Lösung, was bedeutet das? Haben Sie Beispiele, wo Sie dann angerufen werden vielleicht oder gefragt werden von Kollegen, Sie haben eine tolle Publikation, ich habe ein ähnliches Problem. Wo kann man das anwenden, wie Sie es jetzt auch mit der Tiefenmessung im Meer gemacht haben? Naja, das passiert schon natürlich. Aber eben, wie ich versucht habe zu erklären, gibt es da irgendwie so einen stufenweisen Übergang. Also zu mir kommt nicht unmittelbar jemand, der den Meeresboden vermessen will. Das passiert nicht. Sondern zu mir kommen Menschen, die in einem mathematischen Gebiet arbeiten, das ein Stück von meinem eigenen entfernt ist, die wissen, ich arbeite in Kettenbrüchen oder in Primzahlen oder irgendeinem anderen mathematischen Themengebiet. Da kommt jemand, der ein bisschen davon entfernt ist, der das vielleicht nicht so gut kann, diese Spezialisierung und der das wo braucht in einer Anwendung. Das ist dann immer noch nicht die Vermessung des Meeresbodens, sondern das ist dann immer noch eine mathematische Fragestellung. Aber zu denen kommt dann vielleicht jemand, der noch näher ist an der Anwendung und zu denen kommt jemand, der wirklich an der Anwendung dran ist. Also es gibt da eben so eine Art kontinuierlichen Übergang, wie die Grundlagenforschung nach und nach in die Anwendungen einsickert, würde ich sagen. Also ich glaube, wir wissen alle, wir haben jetzt schon viele Vorträge hier gesehen, wir wissen alle, dass die Mathematik sehr viele wichtige Anwendungen hat in der Technik. Ich breche ein bisschen eine Lanze für die Grundlagenforschung. Ich finde die ist für sich selbst was wert, also die hat ihren eigenen Wert, aber die hat eben auch den Wert, dass sie verlässlich nach und nach in die Anwendungen ihren Eingang findet. Also auch wenn eine mathematische Theorie vielleicht recht abstrakt ausschaut, eigentlich passiert es immer, dass das früher oder später dann irgendwo in der Physik oder in der Chemie oder in der Biologie seine Anwendungen findet. Ich glaube, ein schönes Beispiel für mich war das Beispiel mit der Zahl Pi, wo man ja, ich weiß nicht auf wie viele tausend Stellen, dass ja Pi schon berechnet wurde. Natürlich, je präziser man arbeiten will, umso wichtiger ist es hier auch eine genaue, möglichst genaue Zahl zu haben. Und ich glaube, das ist ganz anschaulich, was würden Sie denn so ein, es gibt ja Schüler hoffentlich oder Lehrer, die hier zusehen und sagen, wow, das ist ja spannend. Was ist so für Sie das Spannende an der Mathematik? Was hat Sie bewegt überhaupt, dass Sie Mathematik studiert haben? Also ich glaube, eine Sache, die den Reiz der Mathematik ausmacht, ist, dass man entweder Recht hat oder nicht Recht hat. Und das klingt vielleicht banal, aber das ist in anderen Wissenschaften nicht unbedingt so. Also wenn man als junger Mathematikstudent die Lösung von einem Beispiel vorrechnet, wenn es richtig ist, dann ist es richtig und dann kann auch der Professor nichts dagegen sagen, sondern in der Mathematik ist was Wahres einfach wahr und fertig. Ja, da ist es nicht so, dass wenn man mit einer Koryphäe diskutiert, dann hat per Definition immer die Koryphäe Recht, weil die sozusagen vorgeben kann, was die Wahrheit ist. In der Mathematik ist das nicht so. Und wenn man als junger Doktoratsstudent ein überraschendes Resultat beweisen kann und der Beweis ist richtig, dann müssen das alle zur Kenntnis nehmen, auch wenn das überraschend ist. Und ich finde, das ist irgendwie ein toller Effekt von der Mathematik. Und natürlich ist an der Mathematik schön diese intellektuelle Herausforderung, dass man was verstehen versucht. Sehr oft ist das frustrierend und manchmal aber klappt es dann und das ist richtig erbaulich, wenn man über ein mathematisches Problem viele Tage, viele Wochen, vielleicht viele Monate nachgedacht hat. Und plötzlich kommt der Moment, wo es in aller Klarheit vor einem steht und man versteht endlich, wie das funktioniert. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das ist ein Erfolgserlebnis, das einem vielleicht nur die Mathematik in der Form verschaffen kann. Auf einer Folie haben Sie die Überschrift gehabt, glaube ich, quasi Monte Carlo-Simulation. Das löst ja gewisse Assoziationen aus, die es ja auch gibt. Welche Assoziationen weckten das bei Schülern oder so? Wieso kommt denn dieser Begriff überhaupt zustande? Ja, also man hat es ganz kurz gesehen im Video. Es gibt ein Simulationsverfahren, wo man eben ein kompliziertes System irgendwie modellieren will und man braucht gewisse Testpunkte, wo man das auswerten will. Und da verwendet man einfach zufällig gewählte Testpunkte. Das ist ein Verfahren, das erstmals bei der Arbeit an der Atombombe in Los Alamos entwickelt wurde. Da muss man sehr, sehr komplizierte Gleichungen lösen und man kann die nicht exakt lösen. Und dann sagt man, okay, wir schauen uns einfach an gewissen Punkten an, an tausend oder einer Million Punkten, was an diesen einzelnen Stellen passiert. Und dann ist natürlich die Frage, wie man die Punkte wählt, wo man die hernimmt. Und eine Möglichkeit ist, da zufällige Punkte zu nehmen. Das heißt dann Monte Carlo-Methode und das bezieht sich natürlich auf das berühmte Casino in Monte Carlo, wo eben auch der Zufall eine große Rolle spielt. Also die Monte Carlo-Methode, die simuliert ein kompliziertes System, in dem man zufällig gewählte Testpunkte nimmt und anschaut, was an diesen Stellen passiert. Und quasi Monte Carlo-Methode heißt, wenn man nicht zufällige Punkte nimmt, sondern wenn man schlau gewählte, schlau konstruierte Punkte nimmt, um an denen diese Auswertungen vorzunehmen und zu schauen, wie sich das System an diesen sorgfältig gewählten Punkten verhält. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Jetzt haben Sie aus Ihrem Bereich der Zahlentheorie Beispiele gebracht. Wo sehen Sie heute noch die großen Herausforderungen in der Mathematik, wo besonders spannende Forschungsergebnisse sind, die dann vielleicht erst in einigen Jahren zufällig aufgrund einer praktischen Fragestellung dann zur Anwendung kommen? Ja, ich glaube, das Schöne an der Mathematik ist, dass die Probleme nie ausgehen. Also erfahrungsgemäß ist es so, dass jede mathematische Frage, die man beantwortet, zwei, drei, vier, fünf neue Probleme aufwirft. Es hört nie auf, man kann immer weiterarbeiten. Man weiß oft auch nicht, wofür was gut sein wird, in welche Richtung sich was entwickelt. Wenn man anfängt, Forschungsarbeit zu machen an einem bestimmten Thema, meistens passiert es, dass man darauf kommt, das hängt mit diesem zusammen, das hängt mit jenem zusammen. Jetzt muss ich auch noch ein bisschen Ergodentheorie lernen, um den Zusammenhang zu verstehen. Und dann muss ich auch noch ein bisschen Komplexe Analysis lernen, um das zu verstehen. Und so kommt eines zum anderen und man bewegt sich graduell in eine neue Richtung, ob man will oder nicht, weil man immer neue Einflüsse braucht. In der Mathematik ist, glaube ich, so wie in anderen Wissenschaften auch, dass es immer Themen gibt, die gerade modern sind, wo sehr viel Forschung gemacht wird. Manchmal ebbt das dann nach 10, 20 Jahren wieder ab. Ich denke mir, das Schöne in der Zahlentheorie ist, dass das bleibende Resultate sind, die man da beweist. Also die Zahlentheorie oder diese Grundlagenforschung, die ist nicht an ein gewisses Computerequipment gebunden, die ist nicht an äußere Umstände gebunden, an die Technik, die es zurzeit gibt, sondern das, was ich in der Zahlentheorie beweise, das hat für immer Gültigkeit. So wie die Tatsache, wie es hier im Video war, Wurzel 2 kann man nicht als Bruch schreiben, egal in welcher Form man versucht, das als Bruch zu schreiben. Das ist im antiken Griechenland beobachtet worden. Das ist immer noch richtig, das wird für immer richtig sein. Jemand hat das als Erster bewiesen. Es bleibt für alle Zeit gültig. Genauso ist es auf etwas niedrigerem Niveau, wenn ich etwas beweise in der Zahlentheorie. Prinzipiell denke ich mir oder hoffe ich oder wünsche ich mir, dass das Bestand hat. Also die Tatsache, dass das, was ich bewiesen habe, richtig ist. Wenn der Beweis richtig ist, dann bleibt er natürlich für immer richtig. Dann wird er nicht irgendwann falsch. Also die Mathematik, die ist in dem Sinn vom bleibenden Wert. Was man in der Mathematik erreicht hat, das bleibt für immer. Ich glaube, das war jetzt ein ganz tolles Schlusswort, was man in der Mathematik erreicht hat. Das bleibt für immer. Da ist noch einiges drin. Mathematische Grundlagenforschung kann extrem spannend sein, wie Sie jetzt vielleicht an einigen Beispielen gesehen haben, wo das hingeht. Und in dem Sinne vielen Dank noch einmal für Ihre Präsentation. Danke auch an Sie fürs Zuhören und einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir hören und sehen Sie wieder bei den nächsten Veranstaltungen. Es ist ja auch, diese Vorträge werden ja auch auf YouTube zur Verfügung gestellt. Und an die Schüler sage ich jetzt, machen Sie Ihre Lehrerinnen und Lehrer darauf aufmerksam, dass es da vielleicht einen spannenden Vortrag gibt, den man mal in eine Lehrveranstaltung einbauen kann. Denn Mathematik ist keineswegs das trockene Fach, sondern kann durchaus Begeisterung auslösen. Und auch dort arbeitet man heute in einem meist internationalen Team zusammen. Also ein spannendes Thema und vielleicht eine Motivation für viele, sich doch näher noch mit der Mathematik weiter zu beschäftigen. Und vielleicht dann später ein Studium, wo viel Mathematik vorkommt, in den steirischen Hochschulen zu wählen. In dem Sinne einen schönen Abend und für morgen einen schönen Feiertag. Von mir auch. Danke fürs Zusehen. Schönen Abend. ? ? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020